Ich bin der Ram und heute spiele ich mal wieder ein 1 versus 1, habe Random gewählt, Ork bekommen, mein Gegner spielt Undead. Und wir spielen auf der Map Wiesenwogen. Ich glaube, heute spiele ich mal wieder den Blademaster und versuche den Gegner ein wenig zu harassen. So, hier auf dieser Map gibt es 4 Startpunkte, kann man auch 2 versus 2 spielen, erstmal die Farbe vernünftig einstellen. Und ja, da muss ich erstmal scouten gehen, wo sich der Gegner befindet. Und ich werde versuchen, ihn ein wenig zu ärgern. Ja, und an dieser Stelle habe ich mal eine kleine Frage an euch, liebe Zuschauer, vielleicht weiß es einer von euch. Und zwar wollte ich mal wieder eine Runde ein paar Pro Games casten, habe mir ein paar Replays runtergeladen, aber sie werden in Warcraft 3 nicht angezeigt. Und wenn ich auf das Replay, also einen Doppelklick mache, dass es quasi automatisch geladen werden soll, dann bekomme ich die Fehlermeldung, die zur Wiederholung gehörende Kartendatei konnte nicht gefunden werden. Ja, ist halt sehr merkwürdig, da ich die Map selbstverständlich auch habe und auf der auch schon einige Spiele gespielt habe. Und ja, damit komme ich nicht so wirklich klar, bin auch noch nicht dahinter gekommen, habe viel gegoogelt und ja, versucht den Fehler zu fixen. Ist mir bis jetzt leider nicht gelungen. Und ja, ich würde euch ja gerne weiterhin auch ein paar Casts zeigen. Also, wenn mir da einer von euch helfen könnte, wäre ich sehr erfreut darüber. Gut, jetzt aber erstmal zurück zum aktuellen Game. Ihr seht, ich habe noch keine Kaserne gebaut. Blademaster ist da. Town Portal verkaufe ich. Jetzt gehe ich beim Shop vorbei und hole mir hier noch mal fix ein Item. In der Zwischenzeit pumpe ich weitere Arbeiter. Damit ich dann gleich mal, ups, schnell kaufen und schnell raus. Habe ich schon so viel Schaden genommen. Gut, gibt es Schlimmeres. Sollte aber nicht passieren, damit ich jetzt schon in den Tag gehen kann. Und dann möglichst schnell den zweiten Helden habe. Oh, mein Gegner spielt den Dark Ranger. Steht aber noch in der Base rum. Hat wohl ein bisschen Angst vorm Blademaster. Ja, ich kann hier nichts machen. Arbeit, Arbeit, ich stehe euch zu dir. Ist natürlich nicht allzu schön für meine Taktik. Wenn der jetzt die ganze Zeit da hinten rum steht. Na, ist er da hoch gegangen? Ne, da unten ist er immer noch. Okay. Dann versuche ich so mal ein bisschen was hier zu killen. Na, noch nicht. Erst nehme ich mir hier mal einen kleinen Creep. In der Zwischenzeit auf jeden Fall nicht vergessen, die Basis weiter auszubauen. Sobald die Ork-Bauten gleich fertig sind, kann ich auch die ersten Grunts pumpen. Foliente Intelligenz. Ich stehe euch zu Diensten. Und jetzt gehe ich nochmal runter. Ich hoffe ja mal, dass der sich jetzt auf Step-Basis verzogen hat. Mal gucken, er hat zwei Slow-Tower ausgebaut. Also, da muss ich dann gleich schnell wieder raus hier. Boah, hat direkt den Dust genutzt. Oh, oh. Und ich habe keinen Teleport dabei. Gut, hätte ich jetzt eh nicht genutzt bei einem Stufe-1-Helden. Aber ärgerlich ist es dennoch. Das ist, wenn man halt zu ungeduldig ist. Ja, Tag ist durch. Jetzt hätte ich eigentlich schon den zweiten Helden bauen können. Aber jetzt muss ich erstmal den Blader nachbauen. Das Gute ist halt, auf Stufe 1 dauert das nicht allzu lange. Ich kann hier nicht bauen. Baue ich das erste Pistarium. Derweil schlage ich hier diesen Ghoul in die Flucht. Er spielt halt eine Ghoul-Strategie. Und ich habe mir einfach überlegt, ich will die Sache ja auch ein bisschen spannender gestalten hier. Ich werde Mars-Weiwern spielen. Mal gucken, wie er damit zurechtkommt. Kann er selbstverständlich gut mit Fiends-Countern. Muss ich dann einzeln rausfokussen. Später noch den TC mit dem Stomp spielen. Dann kommen die Weiber nämlich aus den Netzen wieder raus. Ich stehe euch zu diensten. Was liegt an? Vollernte Stärke. Ich höre und gehorche. Ich glaube, so machen wir das. Mal sehen. Dann werde ich wahrscheinlich auch ziemlich früh expandieren. Also schon ziemlich bald. Jetzt brauche ich aber erstmal ein paar Weiwern. Damit ich auch vernünftig creepen kann. Zweites Killing den Critical Strike. Hat ein Wort. Critical Strike. So hat sich besser angehört, ne? Gut, als Second Hero Shadowhunter. Claws of Attack. Die nehmen wir sehr, sehr gerne mit dem Blader. Starker Blader ist ja, ja. Ziemlich OP. Viele Pro-Gamer spielen es ja so, dass sie jetzt mit dem Blademaster weiter den Gegner harassen. Und ja, zur selben Zeit mit dem Shadowhunter alleine creepen. Das ist allerdings, muss ich zugeben, nicht so mein Ding. Vielleicht auch, weil ich halt Human-Main bin. Da creep ich eigentlich immer lieber mit der ganzen Truppe. Außerdem bin ich ja nicht so wirklich Multitasking-fähig. Alles mal in der Vitalität. Naja, gut. Lass ich jetzt auch einfach mal auf dem Shadowhunter. Halt, du bleibst da. Gleich mal die Echse hochziehen. Weiteres Burrow. Sonst ist gleich wieder Produktionsstopp. Shadowhunter Level 2. Jetzt kill ich mal die Schlangen-Totems. Sehr, sehr starke Waffe. Sollte der Gegner nachher keine Destroyer spielen. Sobi-Mask gebe ich selbstverständlich dem Shadowhunter. So, und jetzt habe ich ausnahmsweise mal die Illusion mitgeskillt. Spiele ich ja sehr, sehr seltene, aber damit kann ich immer mal schön scouten gehen. Heilsalbe jetzt kaufen und Clarity-Potion ist eigentlich Pflicht. Ja, Clarity-Potion ist der Klasicht-Trank. Aber manche Begriffe, die... Ja, hat man einfach so im Englischen drin. Da hat er auf jeden Fall eine Fiend. Oh, und eine Menge Ghule. Wenn ich jetzt wirklich auf Mass-Air gehe, muss ich nachher vor allem auf meine Helden aufpassen. Wenn die vielen Ghule angreifen. Boah, die kloppen ganz gut zu hier. Oh, die Flirte der Genauigkeit ist quasi die Potem-Aura auf Stufe 1. Also sehr gut. Zusätzlicher Angriffsschaden für alle Fernkampfeinheiten. Und ja, dazu gehören die Weiwarn, dazu gehört der Shadowhunter. Dazu gehören... Oh, da habe ich einen Foliant vergessen. Eie, da kriege ich wieder einen auf dem Deckel in den Kommentaren. Also schnell einsammeln. Äh, was wollte ich sagen? Ach, dazu gehören auch noch die Kodos, die ich nachher spielen werde. Und eventuell auch noch, haltet euch fest, Schamanen. Ich habe mal wieder richtig Bock auf Bloodlust. Und dann hoffe ich halt, dass der Gegner keine Destroyer spielt. Und dann ist Bloodlust gegen Andert einfach megamäßig OP. Wird halt gecountert mit den Destroyern. Die können das dispelnen und werden dadurch dann auch noch stärker. Aber, ja. Ich hoffe einfach mal das Beste. Dazu muss ich allerdings erstmal auf Tier 3 tächen. Mache ich dann gleich, wenn die Echse steht. Und mit so vielen Weibern lässt es sich schon wirklich richtig gut kriegen. Brunenarm schienen. Wer ist mein nächstes Opfer? Wir sind ein sehr, sehr schönes Item. Gerade gegen Andert. Ich lasse erstmal auf den Blademaster. Nochmal Klos auf Attack. Sehr, sehr geil. Ich stehe euch zu Diensten. Ja, Echse läuft. Ist sogar ein Peon zu viel drin. Müsst ihr immer drauf achten. Sollten genau 5 drin sein. Nicht mehr, nicht weniger. Vorausgesetzt, ihr habt die minimale Entfernung gewählt zur Mine. Umso weiter ihr weg seid, umso mehr Arbeiter braucht ihr natürlich. Den roten Creep gehe ich mal noch nicht an. Gegnerische Echse möchte ich im Moment auch noch nicht attackieren. Dazu habe ich noch ein bisschen zu wenig. Blader jetzt Stufe 4 erreicht. Zauberstab des Mana-Steelens. Den nehme ich dann mit dem Shadow Hunter. Stiefel der Beweglichkeit. Jetzt muss ich langsam entweder ein paar Items verkaufen oder schnell den dritten Helden spielen. Oh. Was haben wir denn da? Schnell die ganzen Fiends fokussen. Das sind ja nicht allzu viele. Oh, den kriege ich direkt. Er popst meinen Tower. Komm. So, und weiter direkt auf die Fiends. Statue immer als erstes zerstören, wenn es irgendwie möglich ist. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Shadow Hunter Stufe 4. Ja, und der Portetraus. Er hat halt viel zu wenig Anti-Air dabei. Mein Glück. Jetzt weiß er allerdings, dass ich Mass-R spiele. Hoi. Und somit ist es jetzt Zeit, Schamanen zu spielen. Schamanen, Kodos und Weivern. Ich denke, das ist ein ganz guter Mix. Dazu gleich noch den dritten Helden. Meine beiden Grunts leben auch immer noch. So, mal schauen, was wir da Schönes finden. Meine Dunkelheitskugel. Jawohl. Die möchte ich gerne auf dem Blader haben. Ich stehe euch zu Diensten. Ich stehe euch zu Diensten. Hoi. Also vom Creepen her läuft schon richtig gut. Jetzt auch der TC da. Ich wollte gerade sagen, der kann ruhig mal losmarschieren. Hier ziehe ich direkt die nächste Expansion hoch. Ja, Lord. Arbeit abgeschlossen. Und dann sind die meisten Creep-Camps auf dieser Map auch schon weg. Hinten auf diese Inseln fliege ich eigentlich nur sehr, sehr selten. Vollerhand der Stärke nochmal. Und ein Ring der Regeneration. Den gehen wir dem TC. Genau wie die Runenarmen schienen. So, die ganzen Items rübergekloppt, dass der mal ein bisschen mehr aushält. Da habe ich jetzt auch noch einen starken Tank in der Front. Ja. Vorzügliche Wahl. Ja, für diejenigen, die sich wundern, was das für ein Skelett ist. Die kommen halt durch die Dunkelheitskugel. Also wenn ich mit der Gegner töte, dann entsteht daraus ein Skelett. Ist auch so ein bisschen wie die Fähigkeit vom Dark Ranger. Habt ihr es gesehen? Ein foliantes Wissens. Jawohl. Und nochmal die Runenarmen schienen. Diesmal gebe ich sie dem Shadow Hunter. Ich weiß gar nicht, ob die stacken. Dürft ihr euch zu diensten. Dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn das einer von euch weiß. Wenn man zweimal die Runen-Schienen auf denselben Helden gibt. Einmal gibt er irgendwie 15% Magieresistenz oder so ähnlich. Und noch eine Dunkelheitskugel. Loy. Wäre ähnlich. Wenn ich jetzt zwei Dunkelheitskugeln mit dem Blader nehme, entstehen dann zwei Skelette. Nee, ich denke nicht. Aber mit den Runenarmen schienen würde mich echt interessieren. Und jetzt muss ich direkt porten. Hat er einen Destroyer dabei? Einen Worm? Nee, drei Destroyer. Also. Okay, schauen wir nochmal, wie der Pfeize läuft. Rolle der Heilung direkt mal genutzt. TC wieder hochheilen. Spiegelbild, damit er den Blader nicht fokussen kann. Skille ich nochmal direkt die Aura. Und ich denke, der Kampf sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin jetzt aber immer noch so ein bisschen eingekesselt. Jetzt fokuse ich den Dark Ranger. Fällt. Boah. Ich würde sagen, ja. Die Armee ist vernichtet. Und das sieht auch der Gegner ein und geht raus. Und ich hoffe, euch hat das Game gefallen. Und denkt bitte dran, liebe Zuschauer. Wenn einer von euch eine Lösung weiß für mein Replay-Problem, dann haut sie mir einfach in die Kommentare. Ich wäre sehr dankbar dafür. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ram.